Zum ersten Thema, Mind Control. Mind Control? Was ist denn das? Wieder so ein neuer Stern am Himmel. So ein neuer Begriff, der irgendwie plötzlich im Horizont, im Firmament des Weltenmeeres irgendwo auftaucht. So ähnlich wie New Age seinerzeit. Kein Mensch wusste, was das ist. Plötzlich sprach alles von New Age. Oder von Came Trails oder Klonen. Wir haben so viele Begriffe hinter uns, die irgendwann neu auftraten. Was ist nun wieder? Mind Control. Wieder was Neues. Erstaunlich bei Mind Control ist, dass es schon weltweit ganz grosse Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. USA, Japan, Europa. Mit wenigen Ausnahmen geschieht Mind Control. Dinge im Zusammenhang mit Mind Control, die so gewaltig sind, dass wir eigentlich genauestens darüber Bescheid wissen müssen. Aber wir wissen nichts. Nur ein Beispiel. In den USA sind Patente erlassen worden, die erlauben, via Mind Control, Kontrolle über die Menschheit auszuüben, die buchstäblich die ganze Menschheit betrifft. Solche Patente existieren und du sitzt hier und hast noch nicht mal eine Ahnung, was Mind Control ist. Warum das? Es gibt eine einzige Antwort. Es ist fast eine Pauschalantwort, die wir hier immer wieder bringen. Weil die Medien es verschweigen. Dinge, die das ganze Volk betreffen, die die ganze Weltbevölkerung betreffen. Dinge, die uns bedrohen. Wir haben in der Einladung geschrieben, unsere Gedanken sind nicht ganz so frei, wie wir immer dachten. Zunehmend werden wir gezielt manipuliert, gesteuert und für gefährliche Zwecke missbraucht. Die Frage, die wir an der AZK stellen, die wir beantwortet haben möchten, die auch Frau Dr. Raunig-Hilde uns beantworten wird, ich darf Sie nach oben bitten, ist, für welche Zwecke, für wen werden wir missbraucht? Wer macht denn da was? Was ist denn eigentlich Mind Control? Ich möchte zu Frau Dr. Raunig-Hilde aus Finnland einige Daten sagen, während sie hochkommt. Sie wird uns darüber aufklären, was die Medien versäumt haben. 1939 geboren in Finnland, die Frau eines norwegischen Diplomaten. 1967 Doktortitel in der Turku-Universität in Finnland. Sie hat drei medizinische Fachgebiete studiert, also durchwegs wieder niemand, den man inkompetent schimpfen könnte. Sie ist in Finnland ausgebildet worden in allgemeiner Praxis, in Stockholm, in tropischer Medizin, in Schweden, in Sozialmedizin. Sie war Chefärztin in diversen Krankenhäusern und Ländern, unter anderem im Roten Kreuz gearbeitet. Sie hat in Finnland, Indonesien, Malaysia, Pakistan gearbeitet. Über zwölf Jahre war sie medizinische Chefbeamtin von Lapland. Das würde man im übertragenen Sinn bei uns Gesundheitsministerin nennen, also Chefbeamtin von Lapland, medizinische. Dann ist sie mit vierfachen Präsidententiteln ausgezeichnet, einem Vizepräsidententitel, nur unter anderem in der Krankenpflegeakademie von Lapland oder Vizepräsidentin von Nahbegegnungstherapie in USA. Man könnte über die Frau hier schon eine Stunde nur Einführung machen. Dr. Rauni Kilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. Ich würde gerne stehen hier, aber es ist okay. Liebe Freunde, liebe Freunde, was ist das größte Geheimnis in der Welt? Hast du jemals darüber nachgedacht? Es ist einfach ein menschliches Wesen, auf diesem Planeten Erde zu sein. Was ist denn ein menschliches Wesen? Viele von uns, sogar Doktoren, vergessen das, dass unser Leib zu 70% aus Wasser besteht. Und unser Hirn 87% Wasser. So, was hält uns denn zusammen? Energie. Energie. Energie, according to Einstein, never disappears, but only changes form. Nach Einstein verschwindet Energie niemals, es endet nur ihre Form. Alles in der Welt ist Energie, ist Kraft. Dieser Tisch hier, wir selbst. Alles besteht aus Vibration, Energie, aus Schwingungen. Und was ist jetzt Bewusstseinskontrolle? Bewusstseinskontrolle bedeutet, dass es Gerätschaften gibt, die dein Hirn übernehmen können. Sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. Und was sind nun dies für Geräte? Es ist der Militär-Industrielle Komplex, die diese Geräte entwickelt hat. Already in about 50, 60 years. Und alles schon fertiggestellt in ungefähr die letzten 60 Jahre. Aber offiziell in einer Konferenz über nicht-tödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe im Mai diesen Jahres. Also eine Amerikanerin sagte, dass das erste Gerät in diese Richtung schon 1801 entwickelt worden war. Generally, the information that is given in the mass media to the public is at least half a century old. Ja, allgemein ist jedwede Nachricht in den Medien, die darüber verbreitet wird, mindestens ein halbes Jahrhundert alt. When you hear about new academic findings, research, wenn du über neue Erfindungen oder neue Findungen hörst, die in der Wissenschaft, in der Forschung gemacht werden, they are always half a century old. Dann sind sie jedes Mal schon ein halbes Jahrhundert alt. But they are always represented and represented as new technology. Aber sie werden uns immer als neue Technologie verkauft. So what is the purpose of mind control? Taking over your body, your brain, your behavior. Also was ist nun die Absicht dieser Bewusstseinskontrolle, die dein Leib, dein ganzes Sein übernehmen? It is to disrupt memory. Es geht darum, dass dein Gedächtnis ausgehebelt wird. It is to discredit people through aberrant behavior. Es geht darum, die Menschen in Verruf zu bringen oder zu diskreditieren durch seltsames Verhalten. Alter your sex patterns. Deine Sexgewohnheit zu ändern. And elicit information. Und information verschwinden zu lassen. And what is the goal of mind control? Und was ist das Ziel dahinter? To program any individual, you and me and anybody, jedwede einzelne Person, dich und mich, jedermann einfach, zu programmieren. To carry out any mission of spionage or assassination. Jedwede Auftrag durchzuführen, ob es spionage oder ob es ein Mordanschlag ist. Against your will. Und zwar gegen deinen eigenen Willen. And to control the absolute behavior and thought patterns of the individual. Und absolut dein ganzes Verhalten, deine Verhaltens- und Denkmustern zu ändern. Und nationale Sicherheit wird als eine Tarnkappe genommen, als ein Vorwand. Und dieser Vorwand dient, illegale Handlungen durchzuführen. To manipulate the opinions of individuals. Um die Meinungsfreiheit, die Meinung der einzelnen Personen zu manipulieren. It's done with electromagnetic fields. Und dies wird bewerkstelligt durch elektromagnetische Felder. It's also done with various drugs and sprays. Und es wird auch durch die verschiedenen Arzneimittel und durch Sprays. And it's done with psychological warfare. Und auch mit psychischer Kriegsführung. Ein Teil der Bewusstseinskontrolle ist, dich 24 Stunden pro Tag und 365 Jahre im Jahr zu überwachen. Both physically and with electronic means. Sowohl in physischer Hinsicht als aber auch mit elektronischen Mitteln. Du kannst bei dir zu Hause gefilmt werden. Durch die Wände hindurch. Und sie benutzen dazu meistens deine Nachbarn, die dazu rekrutiert worden sind. Du denkst, ja, der ist doch mein Freund schon über 50 Jahre und doch ist er rekrutiert worden. Aber du kennst nicht ihre Methoden, wie sie das machen, aber ich werde darauf später zurückkommen. Die Projekte, die Bewusstseinskontrolle entwerfen und durchführen, sind unter der CIA und der US-Marine. Schon 1952 hatte die CIA ein Programm, um die Zähne und auch das Gehirn von Menschen mit einem Implantat zu versehen. Damit sie überwacht werden und kontrolliert werden können. Also die Forschung des Militärs und der Geheimdienste ist immer schon ein halbes Jahrhundert vorher hat es angesetzt. Und wir kriegen es jetzt erst mit. Wenn du zurückkommst zu der Frage, was ist denn ein Mensch? So, da hat es 1995 eine sehr interessante Forschung gegeben. Ein Überblick. About USA and European countries. In den Vereinigten Staaten und auch in den europäischen Ländern. About psychic phenomena of human beings. Über psychische Phänomene menschlicher Wesen. In Westeuropa im Ganzen 32% Beanspruchen oder geben vor, dass sie Gedankenübertragungskontakte schon hatten. 20% Beanspruchen schon ein Déjà-vu gehabt zu haben. Und 28% der Europäer sagen, dass sie schon mit der Kraft des Todes in Berührung gekommen waren. In USA, the figures were much higher. In den USA sind die Zahlen noch viel höher. 58% Telepathy. 58% Telepathie. 24% Claivoriance. How many? 24% Claivoriance. Und 27% über das Déjà-vu-Phänomen. Und 27% Kontakt mit der Energie des Todes. Oder mit Todesenergie. Und eine sehr überraschende und seltsame Zahl haben wir von Island. 41% der Isländer sagen, dass sie mit dem Tod Kontakt haben. Now, you can't say that almost half of Islanders are schizophrenic, can you? Du kannst doch wohl nicht behaupten, dass fast die Hälfte der Isländer schizophren ist. Denn das ist was im Jahr 1998 das Handbuch für Psychiatrie festhält. Wenn wir über die Methoden der Bewusstseinskontrolle sprechen, weil es dem Militär zuzuordnen ist, es wird durchgeführt durch Satelliten und durch ein Shuttlebetrieb. For instance, the space shuttles were tested for mind control and weather engineering. Also diese space shuttles, ich brauche es nicht zu übersetzen, sind schon entworfen worden, um die Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Defense news noted. Die Verteidigungsneuigkeiten sagen. During a checkout of the laser machine, pulses began emanating from discovery at the rate of 10%. Also 10 per second, I'm sorry. Could you please repeat they were sending from the laser machine, which was in the space shuttle, pulses 10 per second down to the earth. Also 10, mit einer Taktung von 10 Sekunden wurden durch eine Lasermaschine, die in dem Space Shuttle war, in Pulse zur Erde gesandt. And those 10 pulses per second And those 10 pulses per second And these 10 Pulse takte pro Sekunde Is within the frequency Is genau innerhalb der Frequenz In the human brain's alpha weight range And it can be called mind zapping Der mind, der Gehirnströme des Menschen Und das kann bezeichnet werden als Bewusstseinsraussaugung So motion Emotion and behavior Das Gefühl und das Verhalten Can be directed by electronic forces Can also gelenkt werden durch elektronische Kräfte And human beings can be controlled like robots Und Menschen können wie Roboter kontrolliert werden The European Parliament has warned of these dangers Already in 1999 in January 1999 im Januar hat das Europäische Parlament Darüber bereits Warnungen ausgesprochen Awareness of the existence of mind control technology And bends its dangers and possible misuse Die Bewusstheit, dass es das gibt, Bewusstseinskontrolle Und das Aufzeigen, dass es missbraucht werden kann It seems to be more prevalent in Europe than elsewhere Es scheint in Europa vorherrschender zu sein Diese Bewusstheit In the European Parliament's Resolution On Environment, Security and Foreign Policy Report In der Resolution über Environment, Security and Foreign Policy In dieser Resolution And the document includes these articles Und diese Dokumente sind in dieser Resolution enthalten Paragraph 23 calls on the European Union In Paragraph 23 ruft das Parlament Die Europäische Union auf To seek to have the new non-lethal weapons technology Danach zu trachten, nicht tödliche Waffen zu haben They are by the way lethal, but they are called non-lethal Aber sie sind übrigens dennoch tödlich Aber sie werden als nicht-tödliche Waffen verkauft And the development of new arms strategies And the development of new arms strategies And the development of new arms strategies Covered and regulated by international conventions Dass die überwacht werden Durch internationale Konventionen Und auch durch diese reguliert werden Paragraph 27 says Und Paragraph 27 sagt Calls for an international convention Es ist ein Aufruf für eine internationale Übereinkunft Introducing a global ban Was eine weltumspannende Verbannung einschließt oder einführt Auf alle Entwicklungen und vor allem Anwendungen Jedweder Mittel Die menschliche Wesen manipulieren können The United States, of course, will ignore these resolutions Because it does not very often obey international laws Die Vereinigten Staaten, natürlich, die haben sich dem verweigert Sowieso entziehen sie sich ständig dem internationalen Druck Paragraph 27, excuse me, 24 says Paragraph 24 sagt HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project in Alaska Es gibt ein Projekt in Alaska, es heißt HAARP Forschungsprojekt, ja Officially of the University of Alaska investigating ionosphere Also offiziell erforscht diese Universität in Alaska die ionosphäre Aber in Wirklichkeit It is a project of US Navy and Air Force Ist es ein Projekt der US Marine und der US Luftwaffe And there is a global concern Und es gibt eine weltumspannende Besorgnis In Bezug auf eine gesetzlich zu handhabende Anwendung Und eine ethisch abgesicherte Anwendung Also in Norway Auch in Norwegen Many may not know it Viele mögen es nicht wissen Dort haben wir eine Mini-HARP Project Es ist ungefähr 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt Und was dort aufgebaut wird Ist auch für die Durchführung der Bewusstseinskontrolle Nicht um die ionosphäre zu erforschen Die Bewusstseinskontrolle gibt dir unterschwellig viele Botschaften Und die werden übertragen über Radiowellen Und das kann auch geschehen durch die in deinem Haus gelegten elektrischen normalen Leitungen Und die Telefonleitungen Sie benutzen verschiedene Frequenzen um verschiedene Resultate zu erzielen Zum Beispiel 50 Hertz Is used against the auditory cortex And that is sound which bypasses the ears You don't need ears to hear You need the brain Da werden Botschaften übermittelt Zu denen du keine um sie zu hören Ohren brauchst Sondern dein Ohr wird sozusagen umgangen 25 Hertz Is used against visual cortex Und 25 Hertz Wird benutzt um Dinge sichtbar zu machen Images For the brain Without your ears Eyes I'm sorry Without your eyes Also das sind Energien für dein Hirn Die dein Hirn aufnimmt Ohne dass du deine physischen Augen dazu brauchen müsstest With 20 Hertz Und bei 20 Hertz Directed to your thought center Die in deinen Gedanken In dein Hirnzentrum gebeamt werden And it imposes subconscious thoughts Which you think are your own Ja das zwingt dir Gedanken auf Von denen du aber denkst Die seien deine eigenen It's very dangerous actually To reveal the information about mind control Es ist sehr Es ist eigentlich sehr gefährlich Diese Dinge offenzulegen hier Because that is the biggest secret Besides who is the human being Denn das ist das nächstgrößte Geheimnis Neben dem was ist ein Mensch I've been to international conferences He's trying to give information On mind control Ich war schon auf vielen internationalen Konferenzen Und hab versucht Informationen darüber zu geben Was Bewusstseinskontrolle ist Und als ich einmal in Finnland war In Psychiaterkonferenz Bei einer Psychiaterkonferenz Used the word mind control As the title It was rejected Und ich den Titel Bewusstseinskontrolle benutzen wollte So wurde der mir verweigert Dann habe ich den Titel geändert Dann habe ich den Titel geändert Dann habe ich ihn einfach wissenschaftlich ausgedrückt Neuromagnetische Telekommunikation Und Cybernetics Supernetics At the international military medicine conference Ah ja, okay Und dann wurde es akzeptiert Isn't that strange Ist das denn nicht seltsam It's a play of words You know what words to use You get through And if you use the false word You don't Es ist ein Spiel mit Worten Hast du die richtigen Worte Wissenschaftlich Wird's akzeptiert Und so dass jeder versteht Wird's abgelehnt Ja, ich habe also dieses Thema durchgebracht Eigentlich nur Weil der Militär in Finnland Also der medizinische Militär in Finnland Keine Ahnung darüber hatte Was es ist Also die Ziele Elektromagnetische Telekommunikation Is behavior modification Das Ziel für diese elektromagnetische Bearbeitung Ist die Manipulation Und Einflüsse auszuüben Auf deine körperlichen und geistigen Funktionen Und Emotions remotely Through satellites Und auch auf deine Gefühle Und zwar von der Entfernung her Durch Satelliten Also von Ferne And through data Computers Und durch die Daten Die in den Computern gespeichert sind Astronauts and Cosmonauts Were always and are Implanted with microchips Die Astronauten oder Cosmonauten Sie haben alle ein Implantat In sich So that all their body functions Feelings Dreams And subconscious Could be seen on earth So dass auf der Erde Alle ihre körperlichen Funktionen Gesehen werden können Aber auch ihre Träume Auch ihre Gedanken Today The speed of supercomputers As I know it Die Geschwindigkeit Der heutigen Supercomputers Wie ich es weiß Is 180 trillion Flops in a second 180 trillion in a second Sind 180 trillion Per Sekunde Also die Taktung Now I'm sure They are much Much faster But that has been Revealed And what is revealed Remember Is 50 years old Also ich bin sicher Dass es noch viel Höher ist Aber so ist es offenbart Aber innere Was offengelegt wird Ist immer jeweils 50 Jahre alt schon Our brain Speed is 5000 Bits a second 5000 A second Die Geschwindigkeit Unser Gehirnwellen Sind 5000 Takte pro Sekunde So we are no match To any Computer So wir haben also Keine Chance Mit irgendeinem Dieser Computer Schritt halten zu können Wenn du denkst Dass noch vor ein paar Jahren In Kalifornien Ein Supercomputer Was asking for Human rights To be accepted As a human Er hat angefragt Nach den Menschenrechten Und wollte als ein Mensch Akzeptiert werden Of course It was much more Intelligent Than the judges Or anybody Around But it was rejected Dieser Computer War viel intelligenter Als all die Richter Die darüber zu entscheiden Hatten Aber er wurde dennoch Von ihnen Es wurde verworfen But now The latest information Was that It's trying again This conscious So called conscious Computer To ask for human rights In Florida Aber diese Bewusstseinscomputer Setzen es Erneut an Diesmal in Florida Als menschliche Wesen Laufen zu können When you think Of our future And our children Wenn du über Unsere Zukunft Nachdenkst Und über unsere Kinder This technology Has to be stopped Somehow Diese Technologie Muss in irgendeiner Weise Zum Halt gebracht werden Otherwise The next generation Is 100% Biological robots Listening to the orders From the computers Sonst ist die Nächst folgende Generation So 100% Nichts anderes Als biologische Roboter Die ausführen Müssen Was der computer Ihnen befiehlt Wir sind sehr überrascht Oder über die Berichte Von der ganzen Welt About the school shootings And shootings at shopping centers Also nicht überrascht Delta programmiert werden Für diese Leute Dass sie sich danach Selbst umbringen Now who is behind This evilness Nun wer steckt Hinter dieser Bosheit In Ettinger In the non-lethal Weapons conference In Ettingen In dieser Konferenz Über nicht tödliche Waffen An American Ein amerikanischer Hauptmann Gab einen Bericht And said Who are they Because we say They do this They kill They are surveying Who are they Weil wir immer sagen Ja sie machen das Sie machen das Also anonym Hat er die Frage gestellt Wer ist diese Sie Er hat es so gezeigt Ungefähr wie ein Quadrat In der Luft gemacht In der Mitte War die neue Weltordnung Auf der rechten Seite War der Stern Davids Mit dem Zeichen der Illuminaten Auf der anderen Seite War CIA und FBI Und der britische Geheimdienst Dies sind die Sie Und du kannst vielleicht sagen Ja sie waren ja schon immer da Und sie werden auch immer noch da sein Wenn nicht jemand sie stoppt jetzt FBI former Director Edgar Hoover Who was Director in FBI For 50 years Also der vorige Oder der frühere Direktor Von FBI Hoover Der war über 50 Jahre Dort der Direktor Er sagte Dass der einzelne Mensch Handicapped ist By coming face to face With conspiracy So monstrous He cannot believe it exists Wenn er konfrontiert wird Mit einer Verschwörung Die derart gestaltet ist Dass er schlichtweg Nicht glauben kann Und in 1913 Already Und 1913 bereits 1913 bereits President Woodrow Wilson Sagte der Präsident Woodrow Wilson Einige der größten Menschen In the US In the field of commerce Einige der größten Menschen Oder gestalten In USA Auf dem Feld Der Wirtschaft Und des Handels Und der Produktion Haben Angst vor etwas Sie wissen Dass es irgendwo Eine Macht gibt Die so organisiert ist Die so geheim ist So hinter den Kulusten Und so wachsam So interlocked So complete Persevig That they better not speak Above their breath When they speak In condemnation of it Und die sind so Eingebunden in Dieses Ding dahinter Dass sie selbst Den Atem fürchten Den sie haben Wenn sie die Dinge aussprechen Die elektronischen Die elektronischen Waffen Gegen das Bewusstsein sind schlimmer Als Atombomben Denn du kannst sie nicht sehen Du kannst sie fühlen In deinem Leib Du kannst aber nicht Nachweisen Dass sie existieren Denn sie benutzen Silently Through the walls Achso ja Sie kommen ohne Geräusch Durch die Wände Sie benutzen auch Hypnose Die Stillschweigen geschieht Und plötzlich denkst du etwas Und du bist dir gar nicht bewusst Dessen Dass dieser Gedanke In dich hinein Geflößt wurde Alle Regierungen In der westlichen Welt Alle Regierungen In der westlichen Welt Deny the existence Leugnen Die Existenz Aber wie zum Beispiel Krankheiten Wie Krebs Alzheimer Und Just about Any other disease Especially Brain tumors Especially Strokes Heart attacks Heart attacks Now in Norway They say That every third person Is going to die Of cancer Every third Man sagt Dass in Norwegen Jede dritt Jede dreißigste Person An Krebs sterben wird In Oslo There are already hundreds Of young people Under 30 In Oslo Sind es bereits Hunderte von Menschen Unter 30 Who have Alzheimer's Senility Die Die jetzt schon Alzheimer haben Of course That comes from Mobile phones But you can't prove it Das kommt natürlich Von dem Gebrauch Der Handys Aber du kannst es Nicht nachweisen Some kind of proof Maybe was That a friend of mine In Finland Had a brain tumor Operated successfully Der hatte eine erfolgreiche Gehirntumoroperation Hinter sich And he had a She It was a lady In finnisch language We don't separate He and she It's only hen So often Finns say We are so advanced But anyway So They had an Eight year old boy Sie hatten Sie hatten Einen acht Jahre alten Jungen Whom The father Gave A mobile As a Christmas Present I said Are you crazy Your mother Has had just a brain tumor And you're giving A child A mobile Bist du verrückt Deine Frau Hatte gerade Eine Hirntumoroperation Und du gibst So ein Ding Deinem Kind And the boy Listened to What I said And guess What he said He said There is only one boy In our class Who doesn't have a mobile And he is the son Of a director In Nokia A son Of a director In Nokia He knows So that Is not scientific Proof But it's proof Enough for me anyway Also When we think Of a human being So We don't Don't differ So much From Americans Or Russians Or Chinese Except maybe We unterscheiden Uns nicht sehr Von Amerikanern Russen Oder Chinesen And therefore The safety standards For popular Exposure Are very different In different countries Safety standards In eastern bloc Countries And in the Soviet Union In den Ostblock Staaten Und in der Sowjetunion Der ehemaligen It was only Ten Gab es Nur Zehn Mikro Is it W Over Square Centimeter Also Nur Also pro Quadratzentimeter Gab es Nur Zehn Mikrowellenbelastung In Australien Ja it's 200 In Australien Sind 200 In UK And in USA Ten Thousand In Großbritannien Und USA Ist diese Quadratmeter Belastung Mit Mikrowellen Zehntausend Now Now Why Is this Nun Warum Ist das So You Can Answer By Asking Who Controls US And UK To that extent National Security Agency In USA Through Its Ecolon Satellites Durch ihre Ecolon It's The Name They Can Harris People Writers And Whistleblowers Especially Through The Satellites Sie Können Menschen Drangsalieren Und Schikanieren Durch Pfeiftöne Durch die Also mittels Der Satelliten Mit Pfeiftönen With What Else Worldwide They Can Spot You Anywhere They Know Exactly That I'm Here Sie Können Dich Fest Machen An Jedem Ort Sie Wissen Jetzt Genau Dass Ich Hier Bin Sie Hören Jedes Wort Das Ich Sage And If They Want They Can Just Send A Beam And I Become Unconscious So Die And Wenn Sie Wollen Können Sie Jetzt Gerade Einen Strahl Schicken Und Ich Bin Knocked Out Oder So Tot They Have Killed Some Of My Friends Who Knew Too Much As I Do They Killed Killed Both My Parents Trying To Shut Me Up Und Sie Haben Beide Meine Eltern Getötet Und Sie Versuchten Mich Abzuschießen But I Told My Mother When She Asked Ronny Stop Please If I Stop They Won't And I Feel It's My Mission To As Much Information As Ich bin schon bewusstlos geschlagen worden und bin dann zum Krankenhaus gekommen. Ich bin vergiftet worden durch die Lüftungsschächte, die in meinem eigenen Haus sind. Und ich bin unter Überwachung 24 Stunden und 365 Tage. Aber etwas, das sie nicht wissen. Ich bin zum Polizeihauptmann gegangen, zum Boss, als ich vor zehn Jahren immer drangsaliert wurde, sagte ich, ich komme von Finnland. Und 200.000 Russen konnten 5.000 Finnen nicht überwinden in dem Winterkrieg 1940. Das ist mein Finnland. So the police chief said, when I said, I'm not afraid of you. Well, that's very good. Because the thing is, when you know that there is no death, you can't be afraid of anything. Denn wieder kommen wir zu der Frage, was ist ein menschliches Wesen? Ich bin in gewissen Schritten über Bewusstseinskontrolle, Psychologie dahin gekommen. Und ich fing an, Versuche zu machen, als ich amerikanische wissenschaftliche Zeitungen darüber studierte, dass eine Person, eigentlich jeder von uns, kann seine körperliche Kraft, die auf ihm ist, von seinem Leib wegsenden. So, nach dem, was ich gelesen hatte, in dieser Zeit war ich der praktische Gesundheitsminister von Lapland. Und ich lag in meinem Bett, mit meinen Knien gebeugt, also hochgezogen, Knie hochgezogen. Und ich fing an, mich zu konzentrieren auf meine Energie, und versuchte, sie von dem Leib zu lösen. Und ganz plötzlich, ich fing an zu zittern, so wie wenn Radiowellen von meinen Füßen Richtung meines Kopfes gekommen wären, und ganz plötzlich gab es ein Blackout, und eine exakte Kopie, looking like skim milk, was hovering above my physical, also having knees. Ja, das sah aus wie geseite Milch, und das Bild war über meinem Kopf, und sah genauso aus, wie ich da jetzt auf dem Bett lag, mit den Knien so, mit dem Eck nach oben. So fing ich also an, von oben her meinen physischen Leib zu betrachten, und ich sah, dass er sehr langsam atmete. Also ich habe auch als Anästhesist gearbeitet, und konnte da dann zählen, 60 Sekunden durchzählen, bis es... Also fing ich an zu zählen, und dann fing mein Leib an, 20, dann 10 Sekunden pro Sekunde zu atmen. Und dann habe ich den astral Leib sozusagen wieder runtergeholt, und mit der Hand meines astrallibes, habe ich meinem anderen Leib die Hand, den Puls gefühlt. Und das war 32 Sekunden pro Minute, es sollte 60 sein. Und das war dann 32 Sekunden pro Minute, obwohl es 60 sein sollte. So, also ich... So, also ich... Mother, help me. I just said, in my thoughts. Aha. In meinen Gedanken sagte ich, Mutter, hilf mir. Aber das war von dem astral Leib, der physische Leib war wie eine Leiche. Und als ich sagte, Mutter, hilf mir, war ich ungefähr 800 Kilometer südlich in Helsinki. And I saw my mother in the living room with my niece. Und ich sah meine Mutter im Wohnzimmer mit meiner Nichte. And they were talking, but I couldn't hear the words, but I knew it was not important. Und sie sprachen über irgendwas. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber ich wusste, es war nicht wichtig. So then I thought, what is happening? Where is my sister? Because my mother is babysitting my niece. Dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn mit meiner Schwester? Denn meine Mutter hat meine Nichte, Baby, gesittet. And immediately, my consciousness was transferred to a cocktail party. Ist transmitiert worden zu einer cocktail party. And there I saw my sister flirting with a family friend. Und dort sah ich meine Schwester mit einem Freund der Familie flirten. Und ich schaute mich um und konnte ihren Mann nicht sehen. Und ich wollte wieder zurück, 800 Kilometer nach Norden, wo ich wohnte. Und ich bin zurück innerhalb einer Sekunde. Und da brütete ich sozusagen, oder schwebte wieder über meinem physischen Leib. Und als ich diesen Astraltrip machte, war ich wie eine Lichtkugel. Und als ich über diesem Leib schwebte, fühlte ich mich wie krank. Und ich hatte Angst, dass ich mich erbrechen muss. Und das wollte ich nicht über meinem physischen Leib tun, aus Angst, dass er dann ersticken würde. Und dann konzentrierte ich mich darauf, dass ich wieder zurück möchte in meinen physischen Leib. Und Zip war ich wieder drin. Und fühlte noch, dass er steif war. Am nächsten Morgen habe ich meine Eltern angerufen. Und mein Vater bat ihn ans Telefon. Und ich fragte ihn, was hat meine Mutter 8 Uhr abends gestern getan? Und er hat mir gesagt, ich kann es dir nicht sagen, es soll nämlich ein Weihnachtsgeschenk für dich sein. Und ich habe ihm dann gesagt, weil ich meine Mutter ein langes Kleid mit Blumen darauf habe nähen sehen. So alles, was ich gesehen habe, konnte ich nachweisen, dass es so war. Mein Vater sagte mir, als ich ihm das alles unterbreitete sofort, bitte erzähl es niemandem weiter. Sie denken, du bist verrückt und ich möchte zur finnischen Presse ja noch gehen. Dann rief ich meine Schwester an, was hast du denn gestern Abend getan? Sie sagte, ich kann mich nicht daran erinnern. Wo war denn dein Mann? Er war in Mittelfinnland auf einer Geschäftsreise. Dann sagte ich, du warst doch gestern auf einer Cocktailparty mit Herr So-and-So. Darauf antwortete sie, bitte misch dich nicht ein in meine Angelegenheiten. Also wiederum, es ist kein legaler Beweis, dass es die Dinge gibt, aber für mich ist es genug. Das zeigt, dass der Mensch ein Bewusstsein ist, nicht nur ein Leib. Es ist wie mit Auto und Autofahrer. Wir konzentrieren uns immer auf das Vehikel, auf das Fahrzeug. Nun, wenn dieses Auto einen Unfall hat, dann geht der Fahrer raus und kauft sich später ein neues Auto, ein neues Modell mit einer neuen Farbe. Das ist genau das, was passiert auch mit den Menschen, wenn wir sozusagen sterben. Wir haben schon 30 Jahre zurück Berichte bekommen, so-called what? Near-death-experiences. Die sogenannten Nahtoderfahrungen. Wenn du in einem Auto-Crash oder in einer Operation und dein Herz stoppen bist, also wenn du zum Beispiel in einen Autounfall verwickelt warst oder bist in einer Operation. So, dein astral Leib oder dein Leib, der aus Energie besteht, geht aus dir heraus. Und since it's called near-death-experience, you didn't die, but almost died. Das sind diese Nahtoderfahrungen. Du bist nicht gestorben, aber fast. Everybody who has it in whatever culture, in jedweder Natur, egal wo, äh, Kultur, egal wo, they feel they go through a dark tunnel towards the light. Haben sie das Empfinden, dass sie durch einen dunklen Tunnel geführt werden oder gehen? And according to their religion, they meet someone in Europe mostly. We are Lutheran or Catholics, Christians. In Europa sind wir meistens christlich geprägt, also Lutheraner oder Katholiker. So you meet somebody, a figure looking like Jesus. Also wirst du jemandem begegnen, der wie Jesus aussieht. If you're a Muslim, you see Mohammed, a Buddhist, you see Buddha. Und wenn du überhaupt keine Religion hast, you see the light. And that light tells you. And think now, what would you answer? Because you are going to be asked this question someday. What have you done with your life? Was hast du mit deinem Leben gemacht? And from the second you were born into this body, and from the second you were born into this body, do that, when you leave the body, bis zu diesem Punkt wurde dein Leib wieder verlässt. Everything goes like a film. You see everything. Das wird alles vor dir abrollen wie ein Film. Du siehst alles. And there you judge yourself, nobody else. Und dort richtest du dich selbst, nicht sonst jemand. Und das Richten ist, how much have you loved? Unconsciously. Number one, how much have you loved? Deine Antwort wird sein, oder die Frage wird sein, wie viel hast du geliebt? How much have you helped others? Wie viel hast du anderen geholfen? How much have you forgiven? Wie viel hast du vergeben? Etc. Und so weiter. They are very different categories than what we normally think about. Es sind sehr verschiedene Kategorien, über die wir hier nachdenken können. It means nothing what your title is, or who you are, or what you have done, except mentally, in a positive way, to other people. Es ist nichts, was du warst, oder dies, sondern was du wirklich getan hast, anderen Menschen geistig gesehen, mentally. And then you see the deceased relatives and friends who all say to you, and then you see the friends and the friends who all say to you, your time is not out. You have to go back. Deine Zeit is not out. You have to go back. You have to go back. And nobody, nobody wants to go back to this earth. But they have to, because they haven't completed their mission on this earth yet. But they have to, because they haven't completed their mission on this earth yet. somebody may ask, what is my mission? How do I know it? Einige mögen nun fragen, ja, was ist denn mein Auftrag? Wie kann ich dazu kommen, ihn zu kennen? It's whatever you are doing, trying to help other people. Das geht immer auf das hinaus, was tust du, um anderen Menschen zu helfen? One of the greatest, I would say, missions is to be a housewife with children. Eine der größten Aufträge, die wir haben können, ist eine normale Hausfrau zu sein und Kinder groß zu ziehen. And why is that? Why is that? Warum ist das so? Because a housewife, a mother, only gives love. Weil eine Hausfrau und Mutter immer nur Liebe gibt. And that is the greatest mission of the whole planet here. It is a lot of love. Und das ist die größte Mission, die wir haben können, auf diesem Planeten Erde hier, Liebe zu geben. And it's very strange that people think always, when accidents happen, and it's very strange that people think always, when accidents happen, that if you had not taken that plane which crashed, you wouldn't have died. we don't think that before we are born into this body of ours, we don't think that before we are born into this body of ours, all your biggest happenings of life here, you have accepted, for your lessons and learnings, for your mind, for your consciousness, ja, und zwar für deine Lektionen, die du zu lernen hattest, in deinem Verstand, in deinem Sein, because consciousness is eternal. Denn Bewusstsein ist eine ewige Sache. And therefore, we can never die. We can never die. Therefore, we can be influenced also with mind-control methods from outside. Und deshalb können wir von der anderen Seite aber auch beeinflusst werden von Bewusstseinssteuerungen. So, to protect ourselves also um uns selbst zu schützen from outside negative influence von äußerlich hineingesteuerten negativen Einflüssen Number one is awareness that you know this exists. Nummer eins, du musst ein Bewusstsein davon haben, dass es diese Dinge überhaupt gibt. Because the mind, the energy of the people, denn das Bewusstsein, die Energie der Menschen is the biggest power in the world. is the biggest power in the world. If you remember Jugoslavia's situation when NATO was bombing for three days, wenn du dich erinnerst an die Situation in Jugoslawien als die NATO Serbien bombardierte, nothing happened until thousands and thousands of people went to the streets and their energy changed the situation. Miloševí went down. Es ist nichts passiert, bis dann tausende von Menschen auf die Straße gingen und deren gebündelte Energie hat dann was bewirkt. If you think of the time we have here, some people die young get out of their body young and they can't die but they get out of their body. Wenn du an die Zeit hier denkst, die wir haben, einige Leute sterben als junge Leute und gehen aus ihrem Leib und einige andere werden sehr alt, it depends on the lessons and learnings that Psyche had. Es hängt von den Lektionen und dem Lernen ab, das dir noch bevorsteht, was du absolvieren musst. I'll give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. I have been in deathly situations many, many times. Ich war schon oft in tödlichen Situationen. For instance, I thought I was still young. I was in Ibiza and rented a motorbike. Also ich war in, war in Ibiza? Ibiza, in Spain. Ja, ich war in Ibiza in Spanien und bin mit einem Motorrad gefahren. And I thought that I can drive like I did when I was 15. I put it on full blast and instead of going straight, it went straight up into the air. Also voll aufgedreht und bin dann, ich dachte, auf der Straße und ich bin aber hochgeschlossen. And I start falling down and I thought, that's it because it's going to crush me. But something strange happened. Aber es ist etwas sehr seltsames passierte. It stopped in the mid-air, which according to laws of physics is impossible. And made a 90 degree turn and fell down. So some sort of energy interfered. Also irgendeine Art von Energie, einer positiven Energie ist hier eingeschritten. The same happened in Lapland. And I was inspecting a hospital and I was driving a hundred kilometers an hour. Dasselbe ist in Lapland passiert, als ich ein Krankenhaus besuchte. Ich musste hunderte von Kilometern durch Lapland fahren. And an Elk jumped from the woods towards my car. Und ein Elk kam aus dem Wald und sprang auf mein Auto. And he was about one meter away and I thought we're going to crush both of us. Und er war ungefähr ein Meter entfernt von mir und ich dachte ja, jetzt ist es passiert, jetzt kommt's dann. It weighs 400, 600 kilos und dieses Viech wiegt ungefähr 600 Kilo. And there came an invisible energy between the Elk and my car and threw it back to the woods three, four years. Now how do you explain that? Okay, also es kam eine plötzliche unsichtbare Kraft zwischen mich und den Elch und den Elch hat es zurückgeschleudert in den Wald. It landed on four feet and you know went like this like what happened? Und ist aufgekommen auf seine vier Füße und hat sich noch ein bisschen geschüttelt und hat sich dann getrollt. So that just shows that you cannot die get out of your body until your mission is over. So das zeigt, du kannst nicht sterben ehe nicht deine Mission die du hier zu erfüllen hast erfüllt ist. Somebody always always protects you. Somebody protects you. Ja. Es gibt es gibt jemanden der dich schützt. There are many other examples und es gibt viele andere Beispiele which show welche zeigen that every one of us has a path to go. And that path remember you have accepted. Diesen Weg du musst dich daran erinnern den hast du selbst akzeptiert. So when something negative happens the first question is what am I to learn about this? I'll tell you one more thing that taught me that obedience maybe to the universe is very important. I was going to New York to listen to David Baum at American Society for Psychical Research 100-year universe festival. Also ich bin nach New York gegangen um einem amerikanischen Wissenschaftler zuzuhören zu lauschen and I have studied writing automatic writing but automatic writing is not medicinist because automatic writing is you go into trance and something an energy takes over your hand and you write my deceased grandmother claims to be the person who influences me in writing my dad the energy of my dad the energy the energy of my dad the energy of my dad the energy of my dad and my writing said you're not going to go to New York and so wie ich das niedergeschrieben habe lese ich dann nein du gehst nicht nach New York and I thought why not I pay the ticket and the writing said you're trying to change your destiny and right now it's not possible and then schrieb ich weiter jetzt versuchst du deinen Zielort zu ändern aber ich sagte es ist nicht möglich am 9. März 1995 bin ich aus dem Auto gesprungen um Ski zu fahren und zwar ein paar Tage bevor ich nach New York gehen sollte also ein Bus war hinter mir und es war Schnee und ich fing an zu schlittern und das letzte was ich dachte ich hoffe nur dass er mich nicht zu zu matsch macht also das ist jetzt genau das was passierte der Bus der entschlitternd kam der Fahrer hatte 40 Kinder hinter sich oder im Bus und die einzige Entscheidung war für ihn entweder mich überrollen oder zur Seite und dann irgendwie abkippen als ich aufwachte ich war also bewusstlos geworden dann habe ich herausgefunden ungefähr eine halbe Stunde ich sehe ein kleines Wesen wie so groß ungefähr und hat mir eine Behandlung verabreicht ich war innerlich verblutet und er hat über mir irgendeine Behandlung gemacht ich habe noch nie gesehen es sah aus wie ein ET also exterritorial und wenn die Ambulanz kam und und ich sagte ich nehme diesen auch zur Ambulanz und sie sahen und sie sagten sie ist hallucinatisch sie hat also als die Ambulanz dann angefahren kam habe ich ihnen gesagt bitte nehmt diesen da mit ins Krankenhaus und sie haben mich angeschaut wie wenn ich Halluzinationen hätte ich war so schwer verletzt dass ich zwei Jahre krank war und ich bin nicht nach New York geflogen so man kann fragen warum passierte das ich habe wieder dieses automatische schreiben das mir eigen war befragt und die Antwort war ja du hast eben immer noch nicht die Lektion des Gehorsams gelernt du wärst gestorben wenn du gefahren wärst oder ja es gibt also im Universum wirklich sehr starke Energien und wir alle können Hilfe bekommen wenn wir nur möchten wir müssen nur darum bitten und wenn jemand stirbt an Krebs oder an welcher Krankheit immer dann kannst du sicher sein dass selbst wenn diese Krankheit hervorgerufen wurde durch jemand anderen es ist innerhalb deiner Bestimmung um es jetzt abzuschließen es gibt noch viele Geschichten mehr und ich weiß dass viele unter euch ähnliche Dinge schon erlebt haben denn nach der Gallup Umfrage sind 67% der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern solche die diese Erfahrung haben um Telepathie oder Déjà-vu Erlebnisse und so weiter und wenn wir jetzt über die nachdenken die in einer negativen Weise versuchen uns zu zerstören denn diese Elite oder deren Elite hat Pläne zwei Drittel der ganzen Menschheit auszumerzen mit elektronischen Kriegsführung mit psychischer Kriegsführung und mit chemischer Kriegsführung und der einzige Weg wie wir diese Leute stoppen können wenn wir uns dran machen denn niemand von uns möchte dass unsere Kinder biologische Roboter für diese Leute werden der einzige Weg ist dass wir ihnen Liebe und Licht senden Das mag wirklich manchmal sehr schwierig sein wenn sie uns schikanieren Ich möchte aber in jeden von euch hier dringen dass ihr wenigstens eine Minute pro Tag dies tut ihnen Licht und Liebe zu senden und Mentally oder Mentally yes of course mit deinen Gedanken aber wenn du es sagst dann ist es stärker natürlich weil die Vibrations von deinem Spruch kommen in addition aber du musst nicht sprechen mit deinen Gedanken wenn du es aussprichst ist es natürlich stärker weil Schwingungen gehen damit raus und es sind nur noch zwei Dinge die ich möchte dass ihr im Gedächtnis behaltet und zwar für immer es gibt keinen Tod und wir sind nicht allein in diesem Universum und Liebe und Licht sind die Antwort danke liebe und Licht sind die Antwort Ich fasse nochmal zusammen was ich vom Thema selber herausgehört habe das sind also Apparate habe ich verstanden und Methoden zur Überwachung und Veränderung von Gehirnwellen aus der Entfernung habe ich verstanden Methoden mit denen mentale emotionale und physische Bewusstseinszustände in menschliche Wesen induziert werden habe ich das richtig verstanden Methoden und Apparate zur Herbeiführung erwünschter Bewusstseinszustände unglaublich was wir hier zu hören bekommen nicht wollen wir das wollen wir nicht ich danke dass sie uns darüber aufgeklärt haben es ist wie Science Fiction es ist wirklich so mich hat einer dieser Sätze besonders beeindruckt wo sie sagt alles was wir zu hören bekommen das Fussvolk ist schon 50 Jahre alt ich kann das immer besser nachvollziehen ich möchte zu den übrigen Inhalten auch für unsere Gäste die hier sind die vielleicht etwas ganz anderes erwartet haben auf diese Symbole hier zu meiner Rechten zu meiner Linken hinweisen wir haben ein gutes Stück Philosophie ich weiß nicht vielleicht sogar Religion jetzt gehört das war nicht auf dem Konzept das ich gekannt habe aber so ist es eben nun mal Stimmen und Gegenstimmen sie hat uns Dinge gesagt wir sind davon ausgegangen der schwarze Fleck dort repräsentiert jetzt in diesem Fall in diesem Thema ein Fleck ist das Thema Mind Control das andere ist das Thema der anderen Referenten wir wollen einen schwarzen Fleck hell machen wir laden eine Referentin ein und jetzt beginnt sie zu sprechen und die Wirkung kann ganz verschieden sein je nachdem woher du kommst vielleicht bist du heute aus einem richtig typisch christlichen Lager gekommen dann hast du vielleicht irgendein Bild fast auf den Kopf gestellt vielleicht wie das da hinten das symbolisiert jetzt der helle Fleck vielleicht ist das Thema Mind Control völlig abgedeckt für dich und das andere Weltbild steht jetzt auf dem Kopf jetzt spricht plötzlich jemand von Reinkarnation gibt es rundherum einen anderen schwarzen Balken das kann passieren bei der AZK dass du das eine erklärt bekommst dafür hast du ein neues Problem was mache ich jetzt mit dem schwarzen Viereck andere kommen schon aus der Richtung die haben vielleicht einen guten Teil davon schon gedeckt oder dann sieht es so aus das sind Symbole die immer wieder daran erinnern wir sind nicht hier um zu sagen alles was ihr hier hört müsst ihr einfach schlucken das ist das die Wahrheit wir sind gekommen um zu sagen Stimmen und Gegenstimmen und wir wollen an die Mündigkeit in jedem einzelnen Menschen appellieren du selber nimmst das Gute und bewahrst es bei dir und was du nicht schlucken kannst lass es einfach beiseite lass es einfach beiseite richte niemand für das was er sagt sei dankbar für das was hell geworden ist dass dieser schwarze Fleck beseitigt wird für das andere gibt es für den anderen Moment wo das aufgearbeitet wird ich möchte auch hier wieder sagen wenn wir das nicht wollen was wir gehört haben wenn wir nicht zu irgendwelchen menschlichen Robotern gemacht werden wollen lasst uns das Netzwerk bilden lasst uns den Gegenpol bilden ich denke eben mit Licht und Liebe wie sie sagt Liebe und Licht ich denke ein Teil des Lichtes ist die Aufklärung das was sie heute gemacht hat die Menschen brauchen Licht wir werden mental angegriffen die Kriegsführung ist sie wollen unsere Seele es ist nicht wie in alten Kriegen wo es nur darum ging den Leib zu töten es geht jetzt um den Kampf der Seele also brauchen wir Waffen des Lichts wir brauchen Waffen des Geistes Waffen der Aufklärung Waffen des ja es muss bloßgelegt werden was da ist die Menschen müssen beim Namen genannt werden das hat Frau Doktor hervorragend gemacht sie hat genau gesagt da, da, da und da so heissen diese Menschen und dann können wir allmählich wenn wir ein Netzwerk bilden wenn das Volk der wahre Souverän der Demokratie wieder zusammen wirklich ein Netzbild ein verbindliches ein wirklich verbindliches werden wir das überwinden und dann können wir das überwinden die Leute ein bisschen verbindliches das überwinden das überwinden das überwinden das überwinden die Leute